Die Lichtmessvorbereitungen sind alle erfolgreich abgeschlossen worden. Ich freue mich riesig auf den heutigen Tag, bin auch ziemlich sehr aufgeregt. Mit dem Pferd hat alles wunderbar geklappt, die ganzen Vorbereitungen. Und ich freue mich einfach nur, dass es jetzt losgeht. Und bin guter Dinge, dass alles gut funktionieren wird. Die Lichtmessvorbereitungen sind alle mögliche. Die Lichtmessvorbereitungen sind alle mögliche. Die Lichtmessvorbereitungen sind alle mögliche. Ich freue mich, die Antworten, die gar nicht da sind. Gott lieb, schlenk Gott! Hier! Ferdinand, Sause, Braus! Hier! August Steifhahn! Hier! Felix Fliegenbein! Hier! Friedrich Langheinrich! Hier! 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 Mittags an um Elbe, wenn's heute bei Werbach, dann gibt es das Versänge, das alles bis zum Kraft. Ach, hätte ich doch mein Mütterlein gefragt, die hätte es mir im Vorher schon gesagt. Die hätte mir die Liebe ausgetrieben, das wäre ich doch. Die hätte mir die Liebe ausgetrieben, das wäre ich doch.